Hallo und herzlich willkommen zurück zuletzt Doku Lego Star Wars 3 The Clone Wars Ach warum sag ich mal nicht einen beschützenden Satz am Anfang, na egal wir machen erstmal die Extras an, sorry dass ich es vergessen habe, aber äh ich hab schon seit zwei Wochen kein Lego Star Wars mehr aufgenommen da vergisst man so etwas auch mal so okay fangen wir einfach mal an was haben wir denn noch hier hat diese scheiße den Kampf der Druinen haben wir das schon überhaupt freie spiel ah na nehmen wir den Boba den können wir auch immer gebrauchen ha ha Lala da 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 ah wie schön diese Musik Sie ertönt in unserem Ohr Und, oh mein Gott, sind das viele Pfeile Oh, oh, oh Oh, gehen wir einfach mal gleich hier In diese Tür herein Welche... Ah, den hier Oh, den können wir gleich behalten Denn der passt hier perfekt rein Oh, geh, sterben Ja, ganz toll Okay Oh, haben wir Einmal hier bitte den Luxusbereich zerstören Wow, fette Musik Einmal bitte wieder rein an die Bude In die gute Stube hier Ja, du Okay, und macht Sack Oh, geht doch mal sterben Ah, den hier, den goldenen Einer von fünf Hallo Oh, wahrer Jedi Perfekt Haben wir irgendwas vergessen? Ah, das ist ein Kaffeeautomat So Alles mal lieber aufbauen Weil sonst vergessen wir nachher noch wieder ein Minikit Und da habe ich eigentlich Wer ist denn hier? Hab ich irgendwas übersehen oder was? Weil du zeigst hier hin Schiff Oh, da haben wir... Äh, was muss hier doch sein? Ach, egal Das ist dann wahrscheinlich das, was wir hinterher wieder vergessen Na, egal Oh, zwei Viecher sogar Ach, das kommt alles später sicherlich noch Oder nicht Was? Scheißegal Wir machen einfach weiter Ach, das war auch ein Minikit wert Ne, du kannst halt nicht Du bist ein dummer Ja, du Einmal aufmachen Ja, einmal bitte Was ist das denn? Ja Eins von drei Oh mein Gott Oh, jetzt haben wir den kaputt gemacht Okay, ich sterbe, Mann Oh, okay Dann machen wir es halt anders Ja Ah, und der böse Bubi ist online Ah, das ist der, der meinen Kommentar-Stil nicht so verehrt Aber egal Das ist der Dane wieder Ja Dann haben wir es mit einem Böhmchen dran kleben Ah, wo ist denn jemand? Klon Hau drauf Korrekt Und Nochmal Ah, ich weiß noch Als wir das erste Mal das gespielt haben hier Da hatten wir eine Menge Problems Aber Ah, okay Jetzt geht's doch einigermaßen Würde ich mal so behaupten Ah, zwei von fünf Einmal bitte aufräumen Mit der Unbesiegbarkeit können wir sowieso alles machen Ah, ja Macht okay Nein Und weg Okay, den bauen wir dann Nicht auf Ja, ich weiß Oder doch nicht Ja, ich muss mal gucken War da auch vielleicht ein C3PO Raum Nee, eigentlich nicht Ach, egal Komm, irgendwas Schnelles Ja, gut, ja Äh, nein, ja Jetzt holen wir schon mal hier den C3PO raus Ah, da ist er Ach Da Rechts Unten Äh, oben Äh, das Oh mein Gott, hier wird ja das Reaktionsvermögen und die Das Gedächtnis getunt hier Was ist denn? Was für mich kack Okay Okay Aber irgendeine Macht Okay Oh Und weg So Fett Heieiei Was liegt denn hier alles für einen Scheiß rum? Ah, für brauchen wir wieder hier Nein Ah, du hast richtig Oh, perfekt Oh Zwei von drei Okay, bitte einmal wieder hier Lichtschwerter Wow Und Schack So Kriegserier Kassierser, Junge Wow Haben wir sowas vielleicht vergessen? Ach, egal Wie es da ist, ich gehe lieber jetzt immer doppelt zurück Als Wenn ich dann wieder ein zweites Mal das komplette Level zocken muss Deswegen Zwei von, äh, Dings da Wir haben noch nichts übersehen Das ist weg Okay Das hier nervt mich Aber hier ist nichts, also Da können wir getrost oder Getrostet weitergehen Einmal bitte alles wegsäbeln Hahaha Da müssen wir deinen Erzrodi zu nehmen Okay Da ist er Oh Wer hat den wieder für den Wichser, ja Äh, entschuldigt meinen bösen Sprachgebrauch Okay Und jetzt kommt der große Kombo Äh Ja Ah, nee Wir müssen Das nur Umstüppeln Wieder rein da Ich möchte wieder Empfang haben Klonen Ja, du Und haut drauf Haben wir überhaupt schon Minikit gesammelt? Nee, nee Und hier Perfekt Oh, wo ist denn wieder ein Jedi? Und nochmal Äh, du wirst sterben, Junge Und weg Ja, du bist ganz toll Warte, jetzt hier Ah Kampf der Ruine Und die Folge ist leider zu Ende Mir hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal Ich bin Ich bin